In Ordnung, fangen wir an mit dem Let's Play. So, hier weiter, ja, ich hab schon ein Save-Game, doch ich mach einfach mal einen neuen an. Ein neues Spiel statt, ja. Das wird mal wieder ein heiteres Gemetzel. Nein, auf jeden Fall, ähm... Oh, ich wurde geboren, so gerade eben. Mal sehen, bist du ein Junge oder ein Mädchen? Bin ich ein Junge oder ein Mädchen? Schwierige Entscheidung, ich spiele gerne mal ein Mädchen in irgendwelchen Rollenspielen oder so. Nein, Scherz. Äh, natürlich nämlich Junge. Ein Junge? Ein Junge! Wir haben einen Sohn, Catherine. Einen wunderschönen, gesunden Junge. Und nerven wir ihn, schreien wir rum. Oh, James, wir haben's geschafft. Mein Sohn, unser wunderschöner Sohn. Das ist meine geballte Schreipower. Da wäre nicht schlecht, wenn ich einen Namen hätte. Jetzt mal im Ernst. Der namenlose Held. Ah, Spielername. Lassen wir das von ein. Ähm... Inhuman. Gut. Ist ja auch mein Name. Perfekt zu dir. Anscheinend ist die Genprojektion abgeschlossen. Mal sehen, wie du aussiehst, wenn du erwachsen bist. Das will ich ganz bestimmt nicht aussehen. Man weiß, lassen wir. Weiter. Anpassen. Formalgemein. Zurück. Walk. vorgefertigt. Das braucht man nicht. Das braucht man nicht. Wenn ich mal so sagen dürfte. Scheiß jetzt einfach drauf. Meine Scheiße. Nee, sind das Frisuren. Alter. Nehmen wir noch mal die Frisur. Haarfarbe. Machen wir mal schwarz. Ja. Sollte in Ordnung gehen. Ach, Gesichtsbehaarung. Schauen wir doch mal. Alter. Machen wir es so. Kin... Nein. Machaveli. Gut. Fertig. Gefällt ihnen ihre Figur? Ja, ja. Ist schon okay. Ist verbesserungswürdig. Aber egal. Sehr, sehr stramm. Da draußen ist eine große Welt voller verschiedener Menschen. Wie steht's mit dir? Was für ein Mensch wirst du werden? Jetzt mal mehr ernst. James? James? Ja, jetzt stirbt sie. Sie hat einen Herzstillstand. Herzmassage beginnen. Das Baby muss hier raus. Schnell. Schnell. Und die erste tote Person in meinem Display. Los doch. Einen Moment, Catherine. Einen Moment, du und ich. Okay. Und jetzt halt sie erstmal die ganzen Babyjahre durchspielen. Haha. Das wird wieder lustig. Das tut in den Augen weh. Aber man wirst du dich für uns bewöhnen. Das weint zu Hause. Komm hierher, mein Sohn. Komm schon. Komm zu Papa. Da, da. Da, da. Da, da. Du schaffst es. Sehr gut. Meine Güte. Ich, ich, ich weiß nicht, wer das ist. Also, ich glaube, das ist, ähm, so. Ich weiß, dass du es nicht magst, wenn dich Papa allein lässt. Aber du musst dich einen Moment... Okay, was macht er? Nein, nein. Oh. Oh Gott. Ich bin eingesperrt. Ich bin im Gefängnis. Jetzt schon. Alter. Ich bin gleich zurück. Mal. Den Ball mit. Nein. Scheiße, das geht nicht. Boah. Ein Würfel. Ein Würfel. Hallo? Ich habe einen Würfel gefunden. Du bist special. Stärke. Perception, Endurance, Charisma, Intelligence, Eglity, Luck. So. Was machen wir hier? Strength plus eins. Perception plus eins. Intelligence plus eins. Endurance definitiv. Plus eins noch eins. Plus zwei hoch machen. Schauen wir doch mal. Machen wir. Luck. Ja. Ein bisschen lucky sein. Alles auf sechs. Fast. Hm. E. Knacken. Tür. Verschlossen. Sehr schwer. Scheiße. Oh fucking. Wie will ich das Schloss knacken? Der Unbekannte ist wieder da. Du bist ein richtiger kleiner Forscher, was? Geschieht mir recht, weil ich versucht habe, dich einzusperren. Komm hierher. Ich möchte dir etwas zeigen. Siehst du das? Das war die Lieblingsstelle deiner Mutter. Sie stammt aus der Bibel. Offenbarung 21, Vers 6. Ich bin das A und das O. Der Anfang und das Ende. Ich will den Durstigen geben von dem Brunnen des lebendigen Wassers umsonst. Sie hat das immer geliebt. Na gut. Komm schon. Hey. Ich habe keine Füße. Ich habe keine Füße. Oh mein Gott. Ich bin ein Mutant. Uah. Ich will den Ball mitnehmen. Komm her, Ball. Ach, scheiße. Boah. Ich bin ein Baby und kann Türen öffnen. Nein. Spaß. Folgen wir diesem Unbekannten. Ich bin ein Baby und kann kaum glauben, dass du schon 10 bist. Ich bin so stolz auf dich. Ich will es da mal schwer hoffen. Herzlichen Glückwunsch, junger Mann. Ich muss dir nicht sagen, dass dies ein besonderer Tag ist, oder? Wenn du hier unten in Vault 101 10 wirst, ist es an der Zeit, die ersten offiziellen Vault-Aufgaben zu überlegen. Bitte sehr. Als Aufseher überreiche ich dir hiermit deinen persönlichen Pip-Boy 3000. Möchtest du damit vertraut? Möchtest du deine erste Arbeitsanweisung? Viel Spaß bei deiner Party. Du wirst nur einmal 10. Genieß es. Oh Mann, du hast herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Da ist uns aber eine Überraschung gelungen, was? Und dein Papa dachte, du wärst uns auf der Spur. Das ist ein Pip-Boy. Ich wäre auch gerne 10. Seien wir mal freundlich. Bitte sehr. Hey. Ich wusste, dass ich dich überraschen würde. Ja, toll. Ich hab ihn in einer Sch... Naja. Grocknack der Baba. Oh, geil. Sofort lesen. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Söhnchen. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Söhnchen. Ich hoffe, du weißt die Mühe. Bilde die...